hallo und herzlich willkommen zurück zu rnr production hier ist Robi und wir spielen weiter mit DINION IMPACT das ist part 237 würde ich sagen und schauen wir natürlich die ausrufezeichen weg was rucki zucki geht hab ich es gestern gemacht oder nicht gemacht weiß nicht mehr wir wenden müssen auch bald wieder ein bisschen ankurbeln aber heute glaube ich schaffe mal die archon quest zu ende das ganze optionale gespräche haben wir gemacht 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 jetzt machen wir ausruhen und dann hat Paimon so verdächtig gefragt ob ich mir sicher bin das heißt meistens wir werden länger irgendwo sein und mit länger irgendwo sein schätze ich mal ich kann mir vorstellen sowas wie die kluft oder sowas wo wir irgendwo sind ich wollte ja immer dieses ding machen und ich habe gehofft dass wir auch da reinkommen da wo wir gegen den abrund kämpfen da wo die ausgewählten kriege reingehen und diese od der auferstehung weil wir sterben dass wir da wieder auferstehen das wäre geil so eine horde die auf dich zu rennt und du bist in irgendeine sphäre und muss einfach nur überleben ist es sowas für ganz geil ansonsten was könnte noch sein als muss irgendwas mit abgrund sein anders kann ich mir nicht vorstellen anders ja so verdächtig wie du fragst glaube ich sehr schön ruhen wir uns aus in dieser nacht gehen wir allein und sagen ja oder was machen die was heimliches was warum die die haben den namen sich nicht erwähnt ja hast du also die stimme von juhu ok ich weiß warum der sprecher darüber nicht geredet hat dem herrscher der nacht gehört oh darum ging es irgendwie habe ich gedacht die tun da irgendwas heimlich sagen wie macht die neuen elemente elementar linie wie die heißen elementar adam aber wir haben ein problem sie ist nicht von nat land so there are no records of her in the night kingdom natürlich natürlich also so 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 forging an ancient name forging an ancient name consumes the life of the craftsman hey okay forging an act of creation is an act of creation it involves taking disparate concepts throughout the night kingdom and condensing them into a heroic epic but it takes time for the new concept to be integrated into that realm if the ancient name is like a seed then the life of the craftsman is the outer shell serving as its protection hey xylonen was machst du da once that process is complete the seed will sprout and having served its purpose the outer shell will gradually disappear gefällt mir gar nicht forging an ancient name is no easy task and creating one for an outlander makes it even more challenging still if you're here that means your mind is set das gefällt mir echt nicht nicht meine xylonen ich hab sie gratis bekommen das gefällt mir aber nicht Weil wir wahrscheinlich echt der sechste Held sind. Es ist, dass du etwas gesehen hast, was du nicht gesehen hast. Also, du kennst das auch? Was ist sie? Ich habe lange Probleme gehabt. Der Plan Mauka braucht zu viel Zeit. Und zu viele Dinge können falsch sein. Die Gäste der Nachtwinde haben eine Ceremonie, die mögliche zu sehen, um die Zukunft zu sehen. Es ist einfach... Verwendet diese Kraft auf dem Pyro Archon ist immer ein Tabuch. Und du hast das auch? Was hast du gesehen? Oh, nee. Also opfert sie sich? Du sagst, Mauka ist zu sterben in dieser Wur gegen die Abyss? Ja. Ich kann nur nicht ignorieren, was ich gesehen habe. Das ist warum ich den Traveller brauchen. Ich brauche die Kraft eines Descenderes. Oh! Uuuh! Don't forget, said Lavi. Even if it may seem like someone has failed to die... The nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. Time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. also kann man es nicht ändern, oder was meint sie? und es kann nichts ändern aber dann können wir doch theoretisch mega lang in die vergangenheit ziehen irgendwie dass sie wenigstens noch ein paar glückliche jahre lebt, oder? ich kann nicht helfen mit dem, ich bin Angst. Es ist außerhalb meiner Möglichkeiten Mauika weiß all das, nicht sie? ja ich denke, sie hat lange acceptiert diese eventualität ich kann nicht ich kann nicht sie ist so stark sie niemals gibt es, niemals resten, bis ein Problem ist geschlossen sie ist nicht der typische Person, die einfach nur kaltisch akzeptiert ihre Todes die Traveller hat diese Qualität das ist warum ich denke, dass diese Gamble ist wertvolle zusammen weiß ich, dass sie das unmögliche können sei es Fate oder Death wir müssen uns warten und sehen aber ich werde meine Begriffe mein Zeitpunkt ist weg es ist meine Honour, dass die Menschheit in diesem Moment absoluter Entfernung aber jetzt habe ich Bock da ich bin gespannt wie es wird ich habe echt das Gefühl, wir gehen in den Abgrund rein und metzeln uns durch bis zum Herzen und dann ist ja irgendwie so eine Kreatur und wir zermetzeln die wir werden nicht vergessen, wenn wir mit dem Abiss finden wir einen Weg, dich zu leben das ist danke für das sagen aber es gibt nichts, was du kannst wie viele Jahre der Leben ist genug 10? 100? 1000? 10.000? das Nachkriebe wird nicht verliehen die Menschen werden weitergehen gegen die Abiss und im Endeffekt alles zerstört zu existieren wenn du all das nachdenkst meine Leben ist sinnvoll ein bisschen ein bisschen wie nennt man das überdrüssig oder sie hat doch wahrscheinlich echt keinen Bock mehr die Herrscherin der Nacht das ist das was macht uns anders selbst wenn unser Ende kommt morgen die Menschheit immer noch alles wird es tun was es braucht für heute genau Zeiten wie diese mich immer mit admiration und verabschieden meine mit dem Mandate mit dem ich schüttere mein Kreatur war richtig bei euch als speziell über andere hier das ist mein zu dir und ein von meiner will kann die 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 Oh Ich hoffe es heißt müde und nicht, dass sie verschwindet Von so einem traurigen moment wo es um tod und um schlafen und alles geht kommt palmer und sagt er lasst uns raus hier nervt Oh 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 Just keep it with you during your time in that land and eventually it'll be full of your adventures Aber mich nervt ist das xylo und sich dafür opfern sollte dann will ich es echt nicht Das ist Eure gemeinsame reise zur erforschung der ich habe es schon lesen der geheimnis von inseln sowie das schütte von herz und mochi Leuchten muss ist es Alter Mocha leuchten so wie malipo getaucht im feuer Es sagt dass alles einen preis hat Der stern jenseits des schicksals und die größte Aller begleiter Der unterstützung könnte Tabithi zum ersten mal den sieg erringen Für das ach so geliebte land bidi Ist bereit alles dafür aufzugeben Das urfeuer erhellt die welt die menschheit Wagt ihre erste schritte in die zukunft unter dem banner Von kyong gozi Was ist denn das? Wow, es ist ein zwei von uns Und ein Son in der Mitte Oh, und das muss Es ist ein Kachina? Es ist kein konkretes Medium Es reflektiert den lord der neid Willen Und zeigt was sie will, dass sie dich sehen Oh, in anderen Wörtern Nicht zu beschäftigen Wenn du die kontenst Dann schaust sie und schaust sie Also muss ich es voll machen wahrscheinlich Und wir bekommen es einfach so ohne jede Gegenleistung? so eine nette 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 ihr verheimlicht uns was ich als zuschauer hab's gesehen thank you very much katina oh ein glück dass ihr hier seid der abgrund hat wieder angegriffen und es ist wirklich schlimm überall sind monster wir brauchen hilfe ich hab's gewusst geht gleich los was muss ich machen das kann jetzt eins und andere ich kann nicht so schnell lesen aber hier kann ich nichts machen die ich nur ein paar sachen was sind die ganzen sachen das ganz außen habe ich auch nicht gemacht das kann ich aber wahrscheinlich machen wenn ich die 100 prozent machen will alle vier sehr schön der zum brennen bestimmte regenbogen ist auch gleich zu ende da hätte ich vergessen noch machen können wie es aussieht kriegt gleich meine 30 uhr gestein sehr schön los greifen wir an wer greift unsere freunde an machen die toki toki ich sehe ich sende sie zu diesen zwei lokalen dieser andere ist zu gefährlich ich werde es selbst behandeln die restlichen lokalen sind außerhalb mit keinem Inhabitant wir bringen unsere guerrower zurück und machen sicher dass sie auf der retriete sind entstanden ich werde das Wort wo haben die schon wieder angriffen holen wir uns oh 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 Ich hole meine Fäuste raus, los geht's. Oh, lass mich in den Abgrund, ich gehe da runter und schlage jeden zusammen, komm. Ich bin bereit. Überlass das uns, wir sind schon unterwegs. Entstanden, ich lasse gleich weg. Ich habe einen Hotsair-Balloon vorbereitet, um dich zu nehmen, wo du brauchst. Messenger von den Scions der Kanopäe reinten, um alle rund um die Lande zu verabschieden. Verabschiede sie, nachdem du deine Mission complete hast, und sie werden die Informationen in ein Battle Report verabschieden. Ach so, dann kämpfe ich gar nicht unten im... Oh, ich dachte, ich gehe um eine Sphäre. Jetzt hättest du an, als würde ich überall in Natlan kämpfen. Als ich intel von den verschiedenen Regionen bekomme, werde ich deinen nächsten Gelegen. Alright, keine Zeit zu verlieren, los geht's! Ja. Ich bin bereit. Aber dir hat nichts zu uns gesagt. Gebt alle auf euch acht. Ja, Kleine. Du auch. Was für uns? Wo sollen wir gehen? Let's go! Ich bin bereit. Ich flexe gerade meine Muckis. Ich habe Wort bekommen, dass ein kleines Team, die die Zivilisten zurück ins Stadion kam. Sie werden nicht lange aufhören. Kann ich sie dir geben? Ja, natürlich. Ich bin bereit. Kann ich... Ah, muss ich den nehmen oder wie ist denn das? Das sind ja mehrere. Ja, ich mache es einfach. Ich check es gerade nicht. Ich komme! Ne, ich wollte... Wir sollen noch einen Handlungsmuss. Möglicherweise wirst du keinen Teil der Handlung noch mal erleben, wenn du das Muss verletzt. Möchtest du den verlassen? Ne. Hä, aber wie tue ich meinen... Ah, da hat Truppeneinstellung. Ich dachte schon. Aber wenn ich schon kämpfe, will ich mein... Bestes Team, wenn's geht. Möchtest du mir. Aber nur einen brauche ich als Schutzschild. Collie für guten Schaden. Elektrowind. Ah, das nehmen wir. Ich hoffe, da ist nichts anderes vorbei. Ja, Tocke. Hey, ja. Hey, das Ding ist ziemlich convenient. Es ist nicht nur schnell, aber auch viel Energie. Ja. Ja. Ausmaß der Abgrundkorrosion 18%. Hat das auch was zu bedeuten? Muss ich aus null halten? Du, du, du. Ja, aber da werden Dinge schneller. Geh zum Auto. Oh, da sind keine Verstärkung. Oh, da sind die Warriors fighten überall. Muss ich da helfen? Soll ich helfen? Muss ich helfen? Soll ich runterspringen? Also ich kann gar nicht runterspringen. Ich dachte, ich kann helfen. Hahaha. Ich will euch alle retten. Ich bin nicht umsonst ein Held. Geschmiedet in der Nacht. Oder unten auch. Alter, die kämen überall. Lass mich rein. Ich bin bereut. Verlieren die Leben, oder? Oh ja, der Typ. Ey, 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 ey. Mach schneller. Kann er sterben? Komm schon. Ja, ah. Die sind schon gleich tot, bevor ich da unten ankomme. Hallo. Alter. Hier aus dem Feuer raus, Bruder. Ja, ich hab's gesehen. Dann geht zurück. Geht in die Arena. Verschanzt. Wir haben hohe Mauern. Haben wir eigentlich am besten die Überlebenschance. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Das stimmt auch. Aber theoretisch können wir die jetzt alle auf den Luftballon packen. Dann haut ihr ab. Ich komme allein klar. gut so. Gut so. Das ist auch geil. Ich habe gedacht, wir gehen in eine Sphäre, aber so über ganz Natland verteilt und wir machen wie so strategische Kriegsführung, ist auch ganz geil. Okay. Aktuelle Anzahl von Monstern 1.063. Gesamtzahl der Gebäude, sterben Leute, 127 Anzahl der aufgelösten Ereignisse 1. Aktivität ist ab und schwach, Fluss der Elemente stabil. Untersuche dich, äh, unterhalte dich mit Ururunku. Wer ist das? Unterhalte dich mit Teppotz. Ja. Ja. Ich versuch's. Aber sie ist ne Ärztin, ob sie mir zuhören will. Natürlich. Wir haben das. Danke. Oh, das macht es leichter, auf der aktuellen Krieg zu konzentrieren. Wir haben das. Ja. Alles klar? Ja. Bekann man euch das? Bei uns ist mir lustig. Ich bin der Gewicht. Das ist wichtig. Wie ist das? wichtig wie du dich da verhältst genau halte durch kumpel 127 tote scheiße auf dem geht abgeschlossen ok was muss ich jetzt machen rund um die uhr sind wächter angewesend um sicherzustellen dass diejenigen die aus dem umliegenden gebiet immokiert wurden die arena zeiligen feuer sicher betreten können kann weg die auswirken die sortes auf die kämpfe sind unbekannt habe ich kann nicht hinlaufen ist dazu und singelt das ist ein notfall das ergebnis wird unterschiedliche ausfallen abhängig war ob sofortige unterstützung lässt werden kann oder nicht und hier und das ist aber nicht bei beiden teilnehmer zwei monster typen das sind kleine dinos überall laut unserer information ist ein boot in diesem gebiet verloren gegangen und wurde möglicherweise von monster angegriffen wenn möglich ergreift wird so schnell wie möglich unterstützungsmaßnahmen der stammel ist der nachkommen der baumkrone ist von monster umzingelt worden die hier versammelt sind zivilisten und verwunden können nicht weg gebracht werden wenn sie nicht rechtzeitig hilfe bekommen wird die anzahl der monster weiter steigen erhöht den verursachten dendro schaden hier ist nur eine person hier sind es mehr personen ich glaube ich nehme uns zuerst stehen egal was muss da steht das also wenn ich jetzt den zuerst nehmen wird da oben mehr verletzte geben es aussieht ist echt egal wie du es machst sieht einfach nur schlecht aus da muss ich mal diesen blöden ballon da hier um fliegen ich glaube wenn ich mix hier in juni hier rennen würde wäre es schneller ok nicht wirklich ich glaube nicht aber ich könnte teleportieren ich komme zum glück du schaust das body ich komme schon da sind sie ich wollte ich sie nehmen kommen schnell rein da wir retten die alle keiner wird verletzt ich komme schon ich bin schon da wo sind sie erst noch einer wo denn denn gut so Ja, ich muss zu den anderen, komm! Komm, geht jetzt! Wir haben Medizin in dem anderen Ort. Du solltest sie zu den Nachkommen der Baumkrone bringen, solange du noch die Möglichkeit dazu hast. Let's go! Das dauert viel Zeit, und einige der Wunten können nicht gehen. Sie müssen hier bleiben. Keine Angst. Als wir die erste Gruppe besuchen, werde ich für die Einführung. Damit kann alle Menschen evakuieren. Wir helfen ihnen hier jetzt. Dann können wir in die nächste Umgebung gehen. Oh, da ist ein Messager da. Keine Ahnung, wir können sie von ihnen die lateste Ente bekommen. Wo sind sie? Und sie sucht die Situation in der Nähe. Und halt dich mit den Booten. Das ist der hier wahrscheinlich. Oder? Nee. Hä? Ah, komm! Noch mehr Gegner? Und sie sucht die Situation in der Nähe. Ich komm schon. Ich komm schon. Ich komm schon. Geht in Sicherheit. Ja. Das war nah. Danke, dass du all diesen Weg kommst, um uns zu helfen, Doktor. Das ist die Oma. Die Mutter von dem bestimmt. Doktor? Warte, kennst du Teipos? Er ist mein Sohn. Warum? Hat sich etwas zu ihm passiert? Nein, nein. Er ist okay. Er hat nur Angst vor dir. Er hat uns gefragt, um dich zu suchen. Ich hab's mir schon gedacht. Hm. Wie geht's? Ich hab's mir schon gedacht. Du bist schon Ärzten. Geh doch zu den Verwundeten und helf denen. Du bist schon auch relativ in Sicherheit. Das klingt gut. Ich bin sicher, dass er dir okay wird. Danke, dass du die longestes Message passest. Oh, zum Glück hab ich nicht den Tipp angesprochen. Sonst wahrscheinlich wär's gleich weiter gegangen. Alter, muss man hier richtig aufpassen. Das ist die Optionale. Nicht verkacke. Asiri, wie geht's jetzt aus? Danke für deine Hilfe. Ich hab die Intelligenz auf dieser Umgebung geöffnet. Ich beginne die Worte. Häng in da, ihr auch. Viele Plätze brauchen noch deine Hilfe. Ich geb mein Bestes. Aufträge in dem Gebiet abgeschlossen. Schau die Karte nach und wähle einen anderen Ort zur Verstärkung. Ich check nicht, wie man das da macht. Da kann man gar nichts machen. Hä, aber hier war doch vorhin das, wo ich helfen sollte. Oder ist es jetzt schon... Ah, dann ist das hier schon zu spät. Oh, nee. Nachricht des überlebenden Boten. Berichte aus dem Kampf zeigen, dass die Krisen in diesem Gebiet bereits von Nusta und ihrer Truppe aufgelöst wurden. Hoffentlich ist alles gut verlaufen. Das vordere Verteidigungslager der Kinder der Echos wird brutal von Monsterangriffen. Die hier versammelten Krieger liefern sich einen brutalen Kampf, aber die Zahl der Monster scheint nicht abzunehmen. Was ist das? Das ist ein Notfall. Das sind alles Notfälle, also. Das ist ein Notfall. Die Monster haben plötzlich die Handelsroute im Süden angriffen, die zu den Menschen der Quellen führt. Sie bedrohen nicht nur das Leben der Kavan-Mitglieder, sondern zerstören auch wichtige Rettungsvorräte, sodass man sie so schnell wie möglich aufhalten muss. Oh, hier kämpfen die Fatouis, aber ich würde das nehmen. Die Monstertypen sehen auch schwerer aus. Hier sehen die leichter aus. Und vor allem da sind die Echo der Kinder, die sind glaube ich mehr Leute, mehr Verteidiger. Und da ist Mauvica in der Nähe. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier gefährlicher ist. Ich gehe da rein. Und die haben Ressourcen und Rettungsding. Rettungsding. Ich komme. Ich bin schon da, bin schon da, meine Freunde. Die Hunde sind die nervigsten Gegner. Die hauen wir alle weg. Ich bin noch ein großer gefunden. Ich bin noch ein großer Schreiber gekommen. Und ich stelle aber keine, oder? Da sind alle noch da, ist gut so. wir haben gut leben die größten hat mega nervig aber geht doch nur noch die kleinen dass wir mal zusammen kämpfen glaube ich habe mir noch nie gehabt kein problem ihr seid soldaten von capitano oder sehr schön schön wie guselnikow und vor allem auch mehr ressourcen genau und da müssen wir alle ressourcen und arzneim alles reinschicken das wäre am schlauesten danke für die info 43 der steigt aber schnell muss ich mich unterhalte ich mit avina wer ist das kamaka guselnikow avina da ist er ich will auch mal eine schlauze suchen aber die 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 Fatui können dich begleiten Das Risiko wäre zu hoch Aber wie sie sagt Oh man Es ist Krieg Man muss es riskieren Die Fatui könnten dich begleiten Wieso? Schön, perfekt 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 So Stadukin Es ist gefährlich, dass man sich nur auf anderen beteiligt hat Du musst auch deine eigene Sicherheit nachschauen Das ist ein guter Tipp Nie Was ist das? Trupp-Einstellung Verteidigen Knotenpunkt Okay Diesmal gibt es nur einen Da ist nix Kapital ist auch überall Krass Haben die es geschafft? Sieht aber gut aus Oh, Kachinas da hinten Da kann ich aber nicht hin Ich check das nicht Du siehst halt das ganze Zeug Aber irgendwie Teleportieren Ja Treppen wie unsere Freunde War der einzigste Ausrufezeichen Glaube ich Ja Immer mehr und mehr für euch zerstören Das ist die Devise Alle retten Geht doch Musst du rest Da hinten einer Geht doch Was das Ja Die Seite gibt es zuerst Ja Mach mal Dann Geht doch Oh Perfekt Oh Keach Ja Ich dachte ich schaue mal nach den Rechten Nachdem ich mit meiner Lieferung fertig bin Aber wenn ihr hier seid werde ich hier wohl nicht gebraucht Ja Je mehr wir sind desto besser Wir brauchten eh eine Verschnaufpause Ne Je mehr wir sind desto besser Wir halten durch Schnauf Was soll denn die dumme Frage Du kennst die Antwort Du hast nur zu viel Angst Dich hier zu stellen Wie ein kleiner Käfer Der sich an einem Wunschstrom klammert Okay that's enough out of you Seifz hier könnte Adjo mal zur Abwechslung recht haben Auf der Haben Seite können wir uns auf die Schulter klopfen Weil wir alle diese Zivilisten gerettet und hierher gebracht haben Mein Stamm wird bald eine zweite Patrouillenwelle entsenden Wir werden das ganze Land absuchen Solange wir unsere Kräfte nicht verstreuen Haben wir vor dem Abgrund nichts zu befürchten Furcht hat ohnehin keinen Sinn Selbst wenn sich die endlose Flut am Monster zu Tode erschreckt Du musst trotzdem kämpfen Es bleibt einem keine andere Wahl Wo ist Mavika? Sie hat einen kleinen Trupp von Kryon zu den Minen geführt Eine Gruppe der Kinder der Echos war dort gefangen Ich glaube sie ist gerade zurückgekommen Allein schon die Lava macht das Gebiet gefährlich Und jetzt wimmelt es dort auch noch von Monstern Ohne ihre alten Kräfte ist nur Eine gewöhnliche Trägerin eines göttlichen Auges Genau wie der Rest von uns Ich würde lügen wenn ich dir behaupte Dass ich mir keine Sorge gemacht hätte Unsinnig wie immer Hör auf dir Sorgen zu machen Und konzentriere dich lieber auf das Ergebnis Du Genie Sie ist offensichtlich immer noch die stärkste Kriegerin die du hast Das ist wahr Auf jeden Fall hilft sie uns Unsere Männer zu entlasten Sie kann die gefährlichsten Bereiche Fast ganz allein bewältigen Schon gut schon gut Ich bin die Gespräche leid Macht etwa eine Pause Oder kommt endlich in die Gänge Eine Pause klingt nicht schlecht Wir werden im Einsatz keine größere Hilfe sein Wenn wir uns nicht auf dem Bein halten können Auch wenn wir eine Pause einlegen Können wir immer noch helfen Was muss ich machen Das sind jetzt wieder mehrere Und halte ich ihn Mit Uturunku Oh das haben wir doch Die haben wir doch letztes Mal schon Und halte ich mit Adra und Kokpon Majuale ist die Oma Äh die Mutter Von dem Typen Und Uturunku Da ist Uturunku Natürlich ich jetzt Wir haben darüber geredet oder Denk nicht über sowas nach Gib alles um am Leben zu bleiben Denk nicht über sowas nach Gib alles um am Leben zu bleiben Aber sicher doch Was ist los Sag's uns Ich hab ein schlechtes Gefühl Sieht am Boden zerstört aus Habe ich das Falsche gesagt Mit wem muss ich noch reden Mit Kokpon Und Adra Oder Mayue Kokpon Und Adra Das sind die beiden Sehr schön Sehr sehr schön Und mit wem soll ich noch reden Ja Perfekt Ich bin stolz auf euch Jetzt haben wir alles Ich will mich nicht ausruhen Ich will weiter kämpfen eigentlich Eigentlich will ich weiter kämpfen Ich will mich noch Ich will mich noch Ehe Der allmächige Drachenfass Kuhalajau Äh Ajaan Versucht sich auszuruhen Hört sofort aus So einen Krach zu machen Ihr niederen Kreaturen Wir werden keine Einwände in diese Angelegenheit dulden Wer hat dich denn gefragt? und hier weil es so ein bisschen raus geht nicht dass hier irgendwo leute sind die hilfe brauchen oder kann ich noch irgendjemandem helfen ich sehe keine ausrufezeichen also die kämpfe überall schon krass 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 ich dachte vielleicht irgendwo monster ich bekämpfen muss irgendwie cool fliegen oder schlafen ich will kämpfen ich muss mich ausruhen schade ja sie haben recht aber macht es was aus oder das ändern weil da stand zwar eine komische zahl von leuten die gestorben gestorben ja nun wir uns ein wenig aus stand doch ich glaube da stand von gefallenen unterhalte ich mit knitsch also hier haben wir schon gemacht die situation ist immer noch ziemlich schlimm hier steht selbst sieht so aus wäre dieser ort auch nicht so sicher wie wir dachten dass und das und nehmen das und die die brücke zu erinnern sind ebenfalls gefährdet oh ne noch eins ein abgrundpylon diese störung friede sind wieder da sie wissen einfach nicht wann sie aufzugeben haben ein abgrundpylon hier das ist nicht gut wir müssen uns darum kümmern und zwar jetzt kriegen wir hin ich kann mich nicht bewegen was wollen das geht doch noch eins also sollten es kommt her regel das gleich weg damit alle bei wollen wir nicht wir regeln das ob wir angst haben vor irgendwas im gegenteil eine woche ich leben alle meine leute sind fast da und jetzt gibt es ab hier katschino du schaffst das mulani auch noch geniecht in der arena alter hier gar nicht mehr auf hier ich schaff das geschafft noch ein eis typ es ist gefährlich alter sieht das geil aus das ist krieg die loader maschine oh 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 yes el kapitan jetzt guckt oh er fatuist zum ersten mal wo ich sag ey geil fatuist oh 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 auch noch maschinen das ist vor fängt zurück die situation ist grave hold this position keep the people safe gut so chaos und emptiness so that's the abyss and it knows that now is its best chance but the sacred flame der letzte fehlt immer noch ne ich bin zurück gedrängt mit dem göttlichen herz alter wir waren doch in der nähe von der arena oder die physische verkörperung puren schrecken und zerstörung haha die schwarze grube der verzweiflung wird euch alle bei lebendigem leid verschlingen ah na endlich ist das also diefryse die macht des abgrunds es strahlt jedenfalls eine enorme menge abgründige energie aus ich muss mir das ding mal von der nähe ansehen vielleicht ist ihr schonzu spät Ihr gebt euch zu dem Ort, der im Schlachtbericht erwähnt wird. Ich habe das Gefühl, dass die Lage sich schon sehr schnell zuspitzen wird. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verstanden. Ja, aber wir haben immer noch nicht den sechsten, oder? Gesamtzahl der Gefallenen. 413. Aktuelle Anzahl von Monstern. Anteil der aufgelösenen Ereignisse. 5. Fluss-Elemente immer noch stabil. Okay, Alter. Keine Ahnung, aber 413 ist schon hart und 54%. Schau auf der Karte und nach und weitere Verstärkung. Suche und Rettung von überlebenden Norden. Suche und Rettung von überlebenden Süden. Und wer braucht mehr Hilfe? Der Kampfbericht zeigt, dass hier Menschen sind und ihre saure Gefährten eingekestelt sind. Angriffe des Abbrots muss jetzt eine Rettung durchgeführt werden. Unzureichende Informationen, die Auswirkungen dieses Ortes auf Kämpfe sind unbekannt. Der Kampfbericht zeigt, dass hier viele Zivilisten eingekestelt sind. Angesichts der zunehmenden Angriffe des Abbrots muss jetzt eine Rette... Oh Mann, hier sind Zivilisten. Das ist doch scheiße. Was ist das? Da kann man gar nichts machen. Was war uns hier nochmal? War uns nicht hier wenigstens... Der Kampfbericht zeigt, dass hier Menschen und ihre saure Gefährten eingekestelt sind. Aber die saure können wir wenigstens ein bisschen kämpfen. Da oben sind es Zivilisten und ich... Oh, ich hab keine Ahnung. Zivilisten eingekestelt. Ich hol die Zivilisten raus. Ey! Dass du dich im Scheiden musst, das ist ja mega kacke. Steigt deswegen meine Zivilistenzahl? Wie viele sterben und alles? Oh, hier sind Fatouis. Alter! Das ist alles Tote Fatouis. Loaded. Keine Überlebenden. Ich dachte, sie will es doch nicht. Wir sind alles Fatouis, Alter. Zudem immer mehr. Das hört mich auf hier. Das ist krass. Nix da. Ich brauch's gar nicht versuchen, Alter. Wir wollen auch die ganzen nervigen Viecher. Suchen nach Überlebenden. Heilen die Dinger mich eigentlich? Weiß ich grad gar nicht. Ein bisschen. Suchen nach Überlebenden. Oh, Alter. Die Ampfer tue ich's. Also die hier sind gut. Das ist echt... Alter. Ich bin alle down. Ich bin alle down. Kamen wir zu spät. Sie sind alle tot. Alter, aber ich war auch so schnell, ich konnte, oder? Oh, ist einfach überlebt. Die haben die Kinder beschützt. Ey Fatouis, ihr seid Bombe. Das Kind und die Mutter. Keine Sorge, ihr seid nicht sicher. Ey Fatouis, ihr seid Bombe. Also zum ersten Mal, muss ich sagen, Fatouis, ihr seid Bombe. Das war genial. Ich dachte, wir haben alle verloren. Die waren top. Ihr sollt in Bewegung bleiben. Dies ist kein Ort, an dem ihr bleiben könnt. Oh, ich will gar nicht wissen, was im Süden passiert ist, wenn es hier schon so schlimm ist. Oh ja. Vor allem liegt doch so, als hätte er mit seinem Körper die geschützt, dass sie nicht reinkommen in dieses... Ja. Ich habe mir instinktiv auch in die Brust gefasst. Ich weiß, Palmon. Das ist keine Katastrophe. Das ist Krieg. Ja. Palmon weiß, es ist... Es ist nicht vollkommen in den Stadion. Ja, das ist echt Krieg. Aber in Ordnung, jetzt fokussieren wir sie auf das Stadion. Let's go. Mit any luck, there will be an Update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. All die Fatouis echt... All so Respekt. Ihr habt meinen Respekt gewonnen. Gerade. Bombe. Das gerade war echt Bombe. Keine... Nee. Nichts Optionales. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir da rein. Gleich weiter. Oh, die sterben auch alle. Sofort. Ich bin unterwegs. 543. Ey, das steigt... Aktivitäten des Abgrunds sehr stark. Fluss der Elemente beschädigt. Oh, jetzt wird's extrem. Jetzt wird's richtig extrem. Wo ist das? Oh, ist das nur der einzigste? Hier ist auch wahrscheinlich so ein Ding, ne? Ja, man. Kachina, Kinish. Alter, alter. Das beißt sich aus wie noch was. Let's go. Ist der einzigste. Gleich rein da. Alter, ich bin voll auf Zack. Ich glaube, so spannend war... Genshin noch nie, dass so... Uh, dieses... Oh, die ist alle tot. Dieses Gefühl von Ding hast. Von Trinklichkeit. Hab ich ja noch nie bei Ding. Also, wir haben so ein nerviges Schild. Aller weg damit. Einfach weg mit euch. Das ist mit dem, Alter. Wir sollten so ein Schutzschild, Alter. Ich höre, ich bollere dich weg, Alter. Du, Nixter. Alter, hast du stufen, Kretu, Alter. Du, Nixter, Alter. Geht down. Was ist aus den anderen Kriegern geworden? Habe ich wieder nicht geschafft? Ich dachte, ja... Habe ich was falsch gesagt? Was habe ich ihr gesagt? Wir sind jetzt fertig. Die Abyss wird wieder in jedem Moment attacken. Und dann werde ich auch ein totes Mann. Die letzten paar Zivilisten, die in den Türen stecken, wird keine Chance geben. Ach so, in den Häusern sind doch Zivilisten. Er ist der letzte Krieger. Dann würde ich sagen, renn. Wir rennen alle und ich versuche, euch zu beschützen, solange es geht. Nein, nein, wir müssen gehen. Wir müssen. Wir sind nur zu zweit. Jeder ist wichtig. Auch wenn es nur ein Schild ist und blocken kann, dass ich dann rechtzeitig angreifen könnte, theoretisch. Ich habe nie in einer Krieg vorgebracht, aber ich bin jung und ich kann eine Waffe behalten. Das muss für etwas sein. Und ich war immer in der Pilgrimierung, als ich ein jüngerer Mann war. Wahrscheinlich, ich habe es nie sehr weit gemacht. Aber wenn du mir eine Speer handeln, ich denke, die alte Muskel-Memorie wird in den Kaffee kommen. Nicht schlecht. Ich mag euren Kampfgeist. So sieht's aus. Gut gesprochen, mein Freund. Kunak. Wir müssen davon die Leichen nehmen. Hauptsache, wir überleben. Ja. Anders geht's nicht. Okay. Take these. Mit ein paar extra Kriegern. Wir sollten uns nur so weit überlegen, dass wir unsere eigene behalten. Es wird eine langfristige, aber das ist besser, als hier zu stecken. Genau. Ich fühle mich gerade nicht so. Da sterben Leute wie noch was. Okay, well... Try going that way. That's the route we came from, and there weren't too many Monsters. Thank you both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if their sacrifice means anything, I have to live on. So sieht's aus. Alle, die hier sind. We're not going down without a fight. Seid einfach vorsichtig. Thanks. We will. Now, go. There are other people to save out there. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Was hab ich da? Alter, ich will wieder mitlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab nicht das Gefühl, das überlebt. Ah, hier gibt's kein optional. Okay. Wird überlebt, Alter. Ich hoffe, ihr schafft es. Ich hoffe es. Alter, Alter, Alter. Fängt schon wieder an. Kachina hält durch. Da hält durch. Hält durch. Kinich hält auch durch. Hier weiß man gar nichts. Mehr gibt's hier auch nicht. Das ist ein Notfall. Der frühere Kampfbericht deutet darauf hin, dass ein Mensch und sein sauergeführter hier eigentlich hättest du wahren. Oh nee, wenn es schon heißen waren. Ich werde Leichen nur noch finden, oder? Ich weiß es jetzt schon. Oh no. Oh no. Looks like there's a Zarya's part. Oh. kommt er meine schatten dämonen die sind nur noch leichter oder lieber mehr ready die ideale monster Alter, ich kann nicht mehr auf. Ich kann nicht mehr auf Da oben bestimmt auch auf dem Wachturm Baby hat überlebt Haben die dich hier hochgebracht? Wenigstens haben die Kinder Junge Junkersaurier Schicken wir den Kleinen sogar alleine dahin Bleib stark Kommt jetzt alle schlechte was ich nicht geschafft habe Ich check es nicht Was passiert? Da war ich auch nicht Teilnehmer Ist aber nur einer Da stand noch Children of Echoes Geh mal rein Ich komm ich komm ich komm Auch schon wieder Leichen überall Ich bin schon da Ich bin schon da One with nature Ihr Nervensägen Das Ding ist so schnell kaputt wie es geht Geht doch Alter Alter Die Elektro Dinger hauen jetzt richtig rein Halt durch meine Freunde Weil die sind auch schon fast down Ich hab's gesehen Da sind nicht viele Da sind nicht viele Ich bin schon da Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen Wir werden keine wirkliche Hilfe Die Kinder von Echoes Wartoff Auch wenn wir sie zusammenkommen Bitte behalten das in meine Als Sie Ihre Entscheidung machen Jetzt dann Anyone Wer will Statt Schau mir Wie ernst Sie sind Herz ist noch im Dach. Ich mag euch. Immer mehr. Ihr seid Maschinenmonster. Ihr seid Geräte. So sieht's aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Creepy Abyss-Thing ist raining down a dangerous-looking substance again. Das ist vorbei gegen die Leute des Springs Territory. Von dem ich gehört habe, ihre Gefängnisse wurden substanziellt durch die Abyss-Invasion. Zum Glück muss ich wenigstens hier keine Entscheidung mehr treffen. Wobei, wahrscheinlich habe ich die schon alle verkackt. Zum Kotzen. Rein da. Auch schon wie sie über Leichen. Oh, Mann. Wo ist das? Geseitige die Monster hier. Ich gebe mein Bestes. Das ist ein Ding, ey. Okay. Wir haben immer weniger Leute getroffen, die überlebt haben. Hier haben wir jetzt gar keinen gerettet. Oh, ich bin schon bei 2080. Chaotisch, schrecklich. Anzahl der aufgelösten Ereignisse 10. Alter. Ich kann ja eigentlich gar nichts machen. Über 2000 Tote schon. Kann man das überhaupt tiefer halten oder besser? Ich wüsste jetzt nicht, was ich besser machen kann. Ich habe mit allen geredet. Ich habe versucht, allen zu helfen. Ich habe eigentlich geschaut, ob hier irgendwas ist. Jetzt laufe ich da falsch oder was? Ich fahre mit dem Heißkopf zum Ort zu verstärken. Oh, Mann. Ich dachte, ich muss laufen. Das ist bestimmt Zeit, die mich hier kostet. Katastrophe. Ich fahre. Ich fahre. Jetzt sterben noch mehr wegen mir. 2.000 Tote. 2.000 Tote. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 3. Monster. Kann ich schon vergessen, es sind schon gar keine Überlebende mehr. Krieg ich schon Gänsehaut hier? Es wird immer schlimmer und schlimmer und wir kämpfen jetzt einfach nur und hoffen, dass der sechste Held auftaucht. Oder verstehe ich es gerade falsch? Alter, hier ist alles verdorben und lila und weiß was ich aus. Alter, überall Leichen. Null kann man bestimmt nicht schaffen, aber 2000... Man kann sich auch nicht aufteilen, das verstehe ich auch schon, aber... Trotzdem krass. Da kämpft keiner mehr, da ist alles tot wahrscheinlich. Komme ich wahrscheinlich auch viel zu spät. Oh man. Ich sehe gar niemanden kämpfen. Nur Monster. Immer zu spät. Ich sage mal so, der Heißluftballon hilft aber auch nicht viel. Hä, jetzt fliegen wir einfach vorbei? Und was ist hier los? So, ich dachte... Ich kann mich dahin teleportieren. Es sind auch diese nervigen Wölfe. Wenn die nicht mehr... Die saugen einem das Leben aus. Die Grame. Ich verstehe es. Wir können gewinnen, ich weiß es. Wir schaffen das. Niemals versagen. Niemals aufgeben. Immer voran. Jede gerettete Seele ist eine gute Seele. Die kann helfen. Weil die kann dann... Einen scheinenden... Ähm... Wie sagt man... In Richtung Sieg... Biegen unsere Chancen. Oder richten. Dann mit einer Kanone schießen wir da durch. Richtung Sieg. Aber es sind über 2.000. Jetzt wird es nur noch schneller und schneller. Wobei... Müssten doch auch langsam alle evakuiert sein. Hoffe ich mal. Ja, bis wir hier ankommen sind auch schon wieder 1.000 gestorben. Wobei ist es vielleicht Ding... vorgegeben und man kann gar nicht besser und schlechter werden. Oh, sogar die Sau. Lass mich rein da! Ich komme! Ich hab nur einer. Kommt der Nervensegen. Nervige Grame, Alter! Nervige Grame, Alter! Nervige Grame, Alter! Was auf der Erde sind diese Dinge? Wie sind sie unverletzt, um zu attacken? Ja... Zumindest mit normalen Abyssal-Pylons. Niemand mit einer Vision kann ihn zerstören. Aber dieses Ding? Niemand hat es noch nie gesehen, wie es vorher. Vielleicht als Neu-Ankemmling kann ich da was durchballern. Es ist wie... ein Teil des Skidemons-Body oder so. Was auch immer es ist... Es scheint, wie es Abyssal-Pylons kann sparen. Und mit ihnen... ... eine niekendende Stream von Abyssal-Monstern. Wir sind einfach kein Match für das. An diesem Punkt... ...Retreat sieht aus wie unsere beste Option. Wir kämpfen hier eine verletzende Kampf. Ihr habt Kinder hier. Wir müssen weg. Das Stadium ist unsere einzige Hoffnung. Das ist, wo die Heilige Flamme ist. Das scheint, dass die einzige Sache... ... die Welle von Abyssal-Energie Angst ist. Der Pyro-Archon schützt die Flamme. So lange, wie es weitergeht, haben wir noch Hoffnung. Hm? Was ist das? Wir können noch... Wir haben genug Leute, um unseren eigenen hier zu halten. Und es ist hohe Zeit, dass du einen Freude genommen hast. Warum nicht sitz dich unten... ... und schütz dich für einen Moment. Es ist wahr. Wir haben schon fast nicht-stopp kämpft. Traveller, du musst dich verletzt. Was denkst du? Im Augenblick gibt es wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Was ist das? Solange wir diese dunkle Monstrosität nicht besiegt haben. Solange wir diese dunkle Monstrosität nicht besiegen haben. Solange wir diese dunkle Monstrosität nicht besiegen haben. Oh, du bist richtig. Dann gut sagen wir besser sie sich warnen. Ja. Es ist deine Entscheidung! Wenn du dich sofort nachden willst, Pei-Mam kommen. Wo ist das? Ich will gleich weiter. Wenn ich ehrlich bin. Ich schaue auf der Karte nach und wähle einen Ort zur Verstärkung. Ich schaue auf der Karte nach. 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 Ich schaue drauf. Oha. Oha. Die Musik ist auch so unheimlich. Toll, ihr habt es unbeschadet her geschafft. Knitsch war gerade hier und hatte wirklich schlechte Nachrichten im Gepäck. Diese unzerstörbaren Abgrunddinger wurden alle überall in den Stammesgebieten abgeworfen Und nicht nur bei den Kindern der Echos, auch das Kollektiv der Fülle sei betroffen gewesen Und die sind am weitesten entfernt Aber die Region, die es am schlimmsten erwischt haben soll, soll die des Blumenfeder-Clans sein Er meinte, dort sei es katastrophal Boah, ich hab ein ganz schlechtes Gefühl Kenich hat nicht einmal eine Atempause eingelegt, bevor er zur Arena ging Er meinte, er wolle versuchen, einen Truppen zusammenzustellen, um sie zu unterstützen, aber Auf der Brise, zumindest meine alten Injury sind nicht in den Momenten Das bedeutet, dass ich wirklich mit der Kampf Die Krüfte des Problems ist, dass das Herz des Abysses selbst in die Invasion hat Das ist ein Macht, das wir einfach nicht verbinden können Wir müssen zum Blumenfelder-Clans Wir müssen zum Blumenfelder-Clans Jedes Leben, das wir retten, ist es wert Wir müssen doch langsam an eure Grenzen stoßen So sieht's aus, Paimon Du hast die Einstellung nicht selten Jetzt kommen wir in den Ort, wo wir noch nie waren, glaube ich Das Blumenfelder-Clans ist doch gar nicht Ah, das war hier Ich bin da, ich bin da Ich bin da, ich bin da Ich komme schon, ich komme schon Ich bin da, ich bin da Nein, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste Ich wusste, ich wusste Nein Ich kann, glaube ich, Dinge, oder? Das Abziehen Ich helfe ihr Bringt nix Ich bin da, ich bin da Bitte, sie schützt sie Ja, bitte ey Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Wie war das, Kui-Chi? Was ist jetzt besser? Kui-Chi? Kui-Chi! 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 Chaska ang ich denke, dass mom und dad Ich bin der Junge der Junge der Junge. Ich war die Junge der Junge, aber ich fühle mich immer, dass es mein Job, um die Mutter und der Vater zu helfen. Ich dachte, dass ich dich frei von der Abyssalen Energie, die du mitzügelst warst. Ich... Ich denke, dass ich mich ziemlich voll von selbst, was ich? Ich denke, dass ich dich verabschiede, wenn... Also, wir waren immer das gleiche. Hush, Koichi. Mach diese Gedanken direkt aus deinem Geist. Wir sind im Stadion in kein Zeitpunkt, okay? Ich werde dich da hin. Die Abyssalen ist weg. Juste dich, und du wirst besser. Ich war immer nackt, um dich zu schlafen, zu schlafen, zu schlafen, zu schlafen. Ich wollte einfach nichts mit dir passieren, oder zu jemand anderen, wegen dir. Ich bin so viel über dich. Aber jetzt... Ich verstehe... Ich habe nie wirklich wirklich verstanden, was es für dich ist. Ich habe grade zu schlafen, in God 있는데요, nach you. Und dann, wie dein Verhalten war, wie wir in einen vielen, long Ver Abu hatten. Hier gab es auch diesen realenаствorieren. Und also, dass ich mich über Sie mindestens immer Vegetaquiwości habe, Oh nee. Komm schon. Ich weiß nicht, Kouichi. Es ist egal, Kouichi. Es ist egal, Kouichi. Es ist egal, Chaska. Keine Wurzeln. Du hast nichts falsch gemacht. Keine Wurzeln. Es ist niemandem's fault, dass Dinge nicht gut sind. Ich verstehe es jetzt. Also, keine Gedanken von mir diese Zeit. Du bleibst weiter, Sis. Oh nee. Das sind letzte Worte. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiterholt. Spreche deine Wurzeln und fliege frei. Wie der kucke kucosur in der Welt. Show den Welt, wer der wunderschönes Wurzeln ist. Weil das ist, was du bist. Und das ist die Frau, die ich stolz bin. So, tähän st hiring ... Kouichi. Kourichi. Kouichi? Was ist jetzt böse? Halt die genaue Weiß zusammen, wenn du das tust, dann machst du alles kaputt für was Tschuich dich liebt und die Familie dich liebt. Gut so. Ich glaube es geht ihr wieder gut. Geben wir ihr etwas Ruhe während sie sich erholt. Schaska ist gelungen sie zu bändigen. Genau wie Schuichi immer gehofft hat. Wenn nur wir schneller waren! Dealing mit Abyssal Contamination ist ein Stück für dich. Wir könnten ihr zu sehen, als du sie verholt hast, bevor ich zu... Wait, was passiert mit Chaska? Nummer 6? Ich glaube, sie wäre besser gewesen. Sie wäre besser gewesen. Aber ihre Reise weitergeht. Und eine Frage ist großartig in ihrer Meinung. Wenn sie auf den Schrauben des Blancen und aufzunehmen, was sie finden würde? Vielleicht die glücklicheste Licht der Sonne? Du bist Nummer 6, ne? Du bist von vor 500 Jahren. Ey, Brudi, konntest du nicht früher auftauchen? Vielleicht bevor ihre Schwester gestorben ist, vielleicht hätte sie dann gewonnen, ohne dass sie die verletzt wird. Meine Lebenssufferung wird mein Epitaph sein, um die Schmerz zu erinnern, die ich durfte. Und letztendlich überschendet. Lass uns Kuichi zu irgendwoher sicher nehmen. Ich wünsche mir zu Hause, wenn ich die Schmerz nicht read will, wenn ich eine Stundeеру sehe, oder in der Zeit, wenn ich dich nicht um den Kupfer auf dich verletzt werde. Und wenn ich mich nicht um werde, für mich die Situation um die Zunge zu führen, nach dem Dabem, wenn ich die Zunge oder Zunge habe, oder die Zunge sind dann in der Zunge. Ich rieche darauf, wenn ich jemanden über die Zunge oder Zunge das eine Zunge. in die Zunge sind so sehr frei. Ich rieche darauf, Ich habe noch mehr wichtiges Dinge zu tun. Natürlich. Wir sind dankbar für ihre Service. Yes, she served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice. Archon, we need to hurry. Time for this war to end. Alter. Und wie kommen wir da runter? die kleinen die wir gerät haben eine gute nachricht haben wir gebraucht die liebt auch noch Ich will gar nicht fragen, wie geht es deinem Sohn? Die Kommunikation hat sich verletzt. Und es gibt zu viele Menschen, die zu verletzten. Jetzt, mein Fokus ist auf sie. Aber ich glaube ihm. Ich weiß, dass er die richtige Bezeichnung wird, auch wenn es schwierig wird. Er ist mein Kind. Und ich bin immer stolz auf ihn. Ich glaube ihm. Der kleine Komina. Alter. Aber ich glaube, man kann sie nicht retten. Weil sie gehört zur Story. Und damit Chaska ihr sechster Held wird. Gibt es hier noch irgendwelche Leute, die ich kenne? Sieht nicht so aus. Oh doch, die beiden müsste ich kennen ja. Ich fühle mich nicht gerade wie ein Held. Ich bin froh, dass ich es gut gedacht habe. Ich bin froh. Ja. Ja. Ich bin froh. Ja, das habe ich auch gelernt, wie es aussieht. Oh, du hast schon erlebt. Ja, du hast es verstanden. Man muss alles geben, aber man sollte immer überleben. Immer zeigen, wie sind die? Oh, ihr habt es auch geschafft, ich bin froh. Nichts genau. Wir haben ein paar Abyss-monsteren, und wir haben zu kämpfen für unsere Leben. Aber ich muss es an diesen Leute geben. Sie sind wirklich auf der Ebene. Sie haben immer so gut gewonnen, als die Krieger trainiert. Haha, ich glaube, die alten Muscle-Memorie ist noch in der Tat. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich hier sein muss. Wir müssen weitergehen, damit wir beginnen zu nehmen, was wir verloren haben. Ihr dürft ihr sicher, dass ihr weitergehen könnt, auch. Ich will gar nicht wissen, wie hoch unsere Mod-Rate ist. Äh, Mod-Rate. Opferliste. Ich will es gar nicht wissen. Jetzt geht's los, hä? Das sind die sechs. Also Xelonen, die kleine Isana und Kinnitsch waren schon, und die drei haben wir jetzt mitbekommen. Ororan, Buolani und Shaska. Da waren wir dabei. Eine Bitter-Ware liegt voran. Unsere Begratung beginnt in jeder von deinen Geist. Also, ignatze spirit of victory for me. May no further lives be lost. And no one else may to suffer the loss of their loved ones. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. It's blaze will become one with the gaze of all of all that land. Even in mid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved and echoing peaks. Converge, disperse, and ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. In sun he's there. Okay, or see, air. Anointed with flames, she shone with the light of a thousand stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism, and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. Mit dem Holz der Vergangenheit und dem Feuer der Gegenwart schreit das Leben immer weiter voran. Für all unsere Taten werden wir uns vor dem Feuer verantworten müssen. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured. And finally, transcend it. Heroes of the ages. Our moment has finally come. Das schon wieder jetzt komplett aus. Haben die Knitsch ausgelassen? Oder nur voice actor. Jetzt hoch reinkommen. Eine Sonne. Burn das Ding weg, alter. Hau das Ding in Stücke. Heißt das jetzt keiner kann mehr sterben? Krass. Dies ist für all diejenigen, die ihr Leben für Nathlan geopfert haben. Wir rücken aus. Aber wir kommen mit dir. Ja. Ja. Ja, Traveller, ich bin so glücklich, dass du uns gekommen bist. Du hast Koichi die Chance zu sagen, diese Worte zu mir vor dem Ende. Wenn ich die Kontrolle da draußen in der Wilde verloren habe, dieses Counterattack nicht hätte sein können. Wahrscheinlich besser nicht zu denken, aber mehr importantly, wie fühlst du jetzt? Any besser? Nicht wirklich. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um es zu tun. In the spirit of Vukka, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger. And make me the person Koichi believed I can be. Ich glaube an dich. Alright, let's go show the abyss what human beings are made of. They'll be sorry they mess with Natlan after we're through with them. So sieht's aus, let's go. Ich hab neue Energie. Wir ballern uns da rein. Ich bin schon da. Wenigstens können meine Buddies nicht mehr sterben, oder? Das ist das Wichtigste. Genau. Genau. For not lane. Felix, wo bin ich? Auf mein Nerven sägen. Hau rein. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Den Hormons. Da ist noch einer. Jetzt kann ich kämpfen, wie ich will wahrscheinlich. Weil die sagt dir, keiner wird mehr sterben. Und ne, hängt es jetzt wieder. Kann ich tauschen. Ja, das geht geht. Das geht, geht, geht. Hat sich wieder gefangen. Ich hab kurze Angst bekommen. ich bin da bin da bin da aber fällt aber irgendwie nicht perfekt vielleicht zum nächsten besiege den seelenfahrt besteige besiege ist jetzt blind ich bin da jetzt kommt wieder hoffnungen geballer und so durch bin da bin da bin da ein großer ein großer aber wir müssen diese dinge machen die monster selber sind komplett ohne nicht zu besiegen brauchen wir nicht nur auf die dinge konzentrieren alle anderen vier sind egal vielleicht zum nächsten nix Die enemy ranks sind in time to double down. Use the pyro archons power and show no mercy. Ich krieg mal hin. Immer voll reiner Jungs. Wir kennen da gar nix. Wir holen Nuttlan wieder in alte Pracht zurück. Mit allem was wir drauf haben. Das ist sogar der kleine Junkersaurier. Hey kleiner. Ich bin froh das dir gut geht. Vielleicht zum nächsten. Oh es wird wieder ein Seelfall. So aufregend. Jetzt bin ich dran. Bloß kleiner Wirbelwind. Let's go, let's go. Wie geil wenn man hier überall so die ganzen Menschen kämpfen sehen würde. Wie sie so alle zurückschlagen. Im Sinne von Rache nehmen. Für all unsere gefallenen Brüder und Schwestern. Wo ist der nächste? Nice. Easy. Hey. Hey. You're back. Hahaha. That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to put your own army of monsters. Komm, wir haben da rein. Ja, ja. Keine Chance. Ich ratier die alle aus. Alter. Gesamtzahl der gefallen. Oh. Hahaha. Ich darf. Wir wären gerade bei 4.800. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Ey. Das sind wahrscheinlich die, die wiedergeboren wurden. 2089. Das stand vorhin schon. Ich glaube es sind keine neuen dazugekommen. Puh. Ich habe mich um den Geschwürstein des Abgrunds gekümmert. Ich bin hier bei den Menschen des Springs. Wir haben es verletzt. Die Mäste der Nachtwinde sind auch sicher. Darf ich gehen, die Flowerfeather-Clan zu unterstützen? Ich mag Chaska. Die ist eine Maschine. Ihre Augen machen mir immer noch ein bisschen Angst. Sieht irgendwie komisch aus. Aber sie ist cool. Schon? Aber du warst nur in dem Stadion. Ja, gut. Du hast keine Ahnung, wie lange ich bin, um die Hände in die Hände zu machen. Ich mag sie. Oh! Klingt, als sei in alle Regionen gesichert. Die Kräfte des Abgrunds werden schwächer. Der einzige Spielplan war, um uns zu entfernen. Und das wird jetzt nicht funktionieren, dass wir die Oda Resurrection auf unserer Seite haben. Das stimmt. Moment. Der Abgrund schickt eine große Einheit in Richtung der Arena. Ich vermute, sie haben erkannt, dass die Oda der Auferstehung das Blatt gewendet hat. Sie werden nun versuchen, das Heilige Feuer zu zerstören. Wir wollen sie wegwerfen? Freunde? Let's gather at the Stadium. Let's go. More Abyss-Tumors have descended. All near the Stadium. Let's split up and take them out. We need someone to guard the main entrance. Überlass das mir. Alright. This is the final battle. Let's go. Du du du. Hope. Never. Lose. Hope, my friends. Keine Schaufkumpel. So sieht es aus für Nettlen. Was will das Schaufkumpel hier? Die Zivilisten kommt auf jeden Fall nicht durch. Okay. Ja. Interessiert. Ich sehe schon zwei alter. Hause weg. Die Wind sind nicht. Das war ein Grund und Wienden. Aber es war nicht so, die Zivilisten. Er hat wieder runter. Ja. Das war nicht so. egal ich bin da ich regel wenn es eines gibt was ich kann dann zerstören die arme ich stehe gleich daun hier grünwächter brauchst du gar nicht anfangen so zerstörung kur hier bin begeistert in die schadden ho Fatoui auch Rock'n'Roll So'n Fallen Flash, Alter Nice Oh Was war das dahinter? War das der Abgrund? Wir haben es echt geschafft Trotzdem 2000 Woll macht es, Tobi Aber was ist jetzt mit Mauvica? Ich muss sagen, es war geil Der Arkon Quest hat mir richtig gefallen Was ist die ganze Zeit auf Zack Die ganze Zeit angespannt We emerge victorious from another crisis Oh man Warte, Arkon Are you saying you're going alone? Yes The abyssal energy there is too strong Kontakt with it would be instantly lethal to anyone else I'm sure you're all still fired up and you must be eager to take the fight home to the enemy But I must ask you to temper your ambitions I will return victorious for all of us It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown Please look at the bigger picture Thanks to every one of you We have already secured an enormous victory Tonight We should celebrate to our hearts content uh i guess if our lives are no longer at risk things can basically go back to normal right that's good enough for me beats having monsters everywhere when the time comes i will gather everyone here again now let us also remember those who gave their lives fighting für unsere Nation. Als die letzte Dregs des Abyss sind ausgesucht, ich will ihnen den großen Feindernal, die sie verdienen. Ein älteres Name kann niemals registrieren die vielen, die wir verloren haben. Aber kein Hero von Natland sollte sich vergessen. Wenn ich kann... Wir machen ein Moment für die Fallen. Das war aber keine Minute. Möge ihr der Sieg. Achso, ich muss nur die 20 für heute abholen. Sprich mit Kinnitsch und Insan, Mulani, Kachina, Aurora und Capitano. Nein, ich wollte nur meinen Teil dazu beitragen. 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 Ich wollte nur meinen Teil dazu beitragen, wenn ich nach Hause komme. Ich habe im Moment nicht die Nerven dafür. Passt lieber auf, was du sagst. Ich wollte nur meinen Teil dazu beitragen. Dann habe ich noch ein paar Tage getroffen. Ich rechne damit, dass es in Nuttland auch einigen Zeitlangen Verzögerungen bei allen Lieferungen geben wird. Aber glücklicherweise haben sich viele bereit erklärt, in Teilzeit mitzuhelfen. Das sollte die Situation etwas erleichtern. Das ist geil. Na, wer hätte das denn gedacht? Die sind ziemlich lecker. Oh, Dina, noch ein paar Trauben, aber Dalli, wie du wünschst, Polly. Ich muss dich gratulieren, dass du dich in dieser Krieg gewusst hast, und gesagt hast, dass du dich selbst gewusst hast, dass du einen wunderschönen Krieger und Krieger bist. Du erinnerst mich an den Prinzen. Die Stichwerte in deinem Bezug sind besonders, wenn du mir sagst, dass du gewinnen wolltest. Natürlich. Ich hoffe, dass du ihn bald sehen wirst. Danke. Hey, Aroran! Wie sind die Mäste der Nachtwinde? Granny C. Lolli ist da der ganze Zeit, und sie ist eine schwierige Frau. Ich denke, wir sollten uns gut sein. Ich bin sicher, dass es ein paar Patschungen gibt, aber das ist ein Job für die jungen Leute. Ich sollte wahrscheinlich zurückgehen, damit ich mich in. Du brauchst die Fotuwe? Wahrscheinlich nicht. Es gibt viele älteren Leute in unserer Tribe, und ich denke, dass sie die Präsenz von deinen Bezug finden ein bisschen... ...destotend. Also, die kann man gar nicht ansprechen. Ich will ja schon mit Marovica noch reden. Ja, kann man echt nicht mit einem anderen reden, wie es aussieht. Und hier oben ist keiner. Und hier oben ist ein bisschen schief, oder? Entschuldigung! Das denke ich auch. Wenigstens ist es jetzt vorbei. Das ist doch schon mal was. Aber du wirst dich opfern. Ja. Ich nehme an, der Krieg der Nachtfechter ist nächste Zeit vorbei. Ja. Ich weiß, dass du auch im Zentrum ein paar größere Events in anderen Nationen warst. Und du hast viele körperliche Feuern gekauft. In dieser Krieg warst du wieder in der Tülle. Ich kann so ruhigen Gewissens auf meine Reise zurückblicken. Ich kann bei Ungerechtigkeit nicht einfach so wegsehen. Weil Palmon ist Hass, Menschen leitend zu sehen. Ich kann bei Ungerechtigkeit nicht einfach so wegsehen. Ich bin dabei. Aber... Ich möchte auch nicht auf deine gute Natur und bereitstellen, um andere zu helfen. Die letzte Krieg wird sehr gefährlich. Und du hast den restlichen Reise zu beschäftigen. Ich bin sicher, dass du dich aufhörst. Ich bin dabei. Kann ich gleich sagen. Als ob ich den Kampf hier... ... auslasse. Du du. Du 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 du. ach so ich komme hier dahin teleportieren und immer zuerst ja lauf uns erst sehen möge die sieger erleuchten sieht so aus die einzig waren ich brauche ich bin ja hier in june ich brauche Transport warum lauf ich überhaupt nobody knows also muss man mawika trotzdem sterben ich schau mal was ich tun kann okay good that makes me feel a little better thank you for standing up for us there's clearly something special about you so if anyone has a chance of defying the rules that would be you oh and please don't breathe a word of this to mawika i'm sure she's well aware of the cost of using the divine thrones power but if she finds out that anyone else knows it could ruin our chances to help got it mom's the word all right that was the last major item on my to-do list now since i've come all this way i think it's finally time for a well-earned drink alkoholikerin i said a drink nagging isn't gonna accomplish anything no one can predict the future and unless you have some exceptional jaw-dropping talent i'm unaware of i can shoot those cornflakes in your kitchen from right here haha don't be ridiculous you couldn't make that shot from all the way over here wait hold on you could hurt someone with that well i'll be you made the shot the science of the canopy raise them tough that's some real skill you got there little lady maybe you really will be pyro archon one day yeah it's a video your whole memory it's not just any ancient name but molly poe if you ask me nicely there's still time to join my team for the pilgrimage you know no need to scowl you lost and i won it's no big deal you want me to be happy for you and your turn comes right so cheer up i'll get my own ancient name soon enough and it'll be an even better one than yours oh really well good luck with that what ancient name could beat molly poe in our tribe unless surely you don't mean kiang gozi haha hat sie kiang gozi der anführer oder vielleicht wird er nur kiang gozi pyro archon das kann natürlich auch sein ich hab das gefühl sie will sterben dann kann sie in anführungszeichen sich mit ihren alten freunden familie wieder treffen excuse me pyro archon but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me haha i heard that the pyro archon inherits the knowledge stored in the sacred flame and apparently it can change your personality i can't help but feel a little worried also werden die dann alle wahrscheinlich zu einer person oder verschmelzen in eine person haha worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore why would i be worried about that never mind clearly i'm just overthinking things why would you forget about me just because of some new job even if that job happens to be archon come on one more round after the darkness will come the dawn ah es war schon traurig weil es hat uns gefühl dass sie sich jetzt darauf vorbereitet zu sterben vor natlen vor natlen look at the sky it's getting brighter at last aha mein herz alter we walk the righteous path and the pyro archon will guide us nein nathlen ist cool mir gefällt das jetzt nathlen victors shall burn bright while the losers must turn to ash i have done what is required of me the rules are now written into the night kingdom and this will help you to stand against the abyss it is still not enough all this can do is give my people courage it will not see us through a true catastrophe if you are to make the natlenese alone bear the consequences of a broken world you will have to bring more to the bargaining table you are the greediest human i have ever met and the fiercest negotiator no other would seriously ask to borrow my power my domain is death and its power comes at a great price the question is are you prepared to pay is it why maybe the pyro archon a man that means that every time one has to die and ever new becomes a man so that he can live 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 or better go or that he can use the power I need that power only a hero can truly wield it and heroes are not afraid of dying no a fear of death is ingrained in all living things if the wielder of this power cannot conquer their fear countless innocent lives will be claimed in their stead for only then can the price be paid those are the rules mine is a nation that will not yield to the abyss and it will certainly not yield to your rules as their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of very well I shall agree to help you but I am merely a shade and I do not have as much freedom to do as I please as you might think then what do you propose? keep this a secret if I am questioned about it I will deny all involvement and claim that treacherous Shibbolanke stole my power that will not be a problem thank you I am glad we could reach an agreement come in come in as you know I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the abyss oh but first any progress on the ancient name I have the gift of the founder of night I am surprised she was willing to help you and by extension me I am very grateful to her wait hold on wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? why would the travelers still need one by this point? because she wants that I with her in the last battle that's right the abyss has retreated to the depths of the night kingdom a place that has long since been corrupted by abyss energy if we don't finish them off and restore the ley lines the threat they pose to Natlan will remain the battle we fought yesterday we may one day have to fight again this is the fate Natlan has always been resigned to for thousands of years we have struggled on the brink of the looming darkness and never known true peace but this time I want to break the cycle and free us from this fate for good with the sacred flame I can protect myself from the abyssal corruption but beyond that you are the only other person who can resist it easy if your ancient name can't be forged I will go alone but if it can I'd really love your help funktioniert die Ode der Auferstehung wieder not completely after all the night kingdom is still plagued by abyssal corruption but when I used the power of the divine throne it dispelled a lot of that corruption plus your ancient name is a special case so the lord of the night will take special care of you and short the other resurrection still has a number of limitations but I can promise that it will work reliably on you well then I will be in the castle you will be in the castle well then I will be in the castle well then I will be in this castle wow woa wauw why did we forget something here? what about Paimon? what a place in all this? what? you mean we'll be separated? ich will das überlebst ich werde ein tolles wrack sein ich werde so ein totales wrack sein so viel ist sicher ich habe mich mit dem ein paar ich habe mich mit dem du hast du das ich habe mich mit dem 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 alle in natland wissen wie wichtig diese letzte battle ist du wirst du und verabschiedet lange in der bis zum end bis zum wenn du hast andere Über die Folgen des Krieges? Über den trügerischen Himmel und die seltsamen Fragmente? Über die Folgen des Krieges? Über die sechs Helden von einst? Über die Folgen des Krieges? 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 Von allen niedergeschriebenen Bericht, möge der Vayob den Frieden schenken und möge die Elita über deinen Lebensweg erklingen. Es folgt eine lange Liste mit den Namen der Verstorbenen, alle von denen niedergeschriebenen, die sie betrauern. Viele von ihnen sind dir bekannt. Und weiter wie Chama, Bats, Tilua, Chuchu, Chuchu, Chuchu oder Kiyuchi. Ich kann es nicht aussprechen. Tut am meisten weh, Hunza. Wir danken dir für dieses Geschenk deines Lebens in unserem. Wir freuen uns darauf, dich eines Tages wiederzusehen in einer Welt voll der Wunder und der Schönheit. Hat wehgetan. Das hat wehgetan. 2089 Tote. Ich habe es mir gemerkt. Ich bin ein schlechter Held. Ich habe es nicht geschafft, alle zu rappen. So, ich muss nochmal 20 abholen. Da kriege ich auch nochmal einen. Sehr geil. Dann haben wir ja schon eigentlich Arcon Quest erledigt. Für diese Version. Hier müsste ich mir auch nochmal welche abholen. 500. Sehr schön. Ich bin begeistert. Dann machen wir morgen die hier. Die drückt am meisten von Zeit her. Genau. Und dann konzentrieren wir uns auf das hier. Die 400 will ich auch haben. Oh. Können wir uns auch machen. Dann fang ich auch morgen an. Weil jetzt haben wir auch schon wieder ewig gezockt. Das war so lange wie dieser Arcon Quest. Konntest aber keine Pause machen. Das war mir. Wie nennt man das? Ich war zu aufgeregt oder? Hab mich fast wie früher gefühlt. Wo ich gehofft habe, wenn man die nächste Folge Dragon Ball kam um 8 Uhr auf RTL 2 glaube ich war es damals. Dragon Ball Z. Da sind wir fast bei 11.000 wieder. So. Aber ne. Wir machen das auf jeden Fall weiter. Aber würde ich sagen morgen. Ich bin echt müde. Mega müde. Wir können noch ganz kurz das schöne Ding machen. Und dann war es auch für heute würde ich sagen. Wir haben den Krieg überstanden. Perfekt. Das stimmt. Es gibt ja gar keine mehr. Gibt gar keine mehr. Nur die neuen Bäume da. Und ich glaube kaufen kann ich auch nichts mehr. Jip. Jip jip jip. Glaub ich sowas. Können eh nichts mehr kaufen. und herstellen keine ahnung ich müsste gucken welche baupläne ich noch machen könnte dass man von hier nicht reingehen kann ist ein bisschen blöd da könnte man direkt von hier schauen was unser bauen wollen würde ich mache alles was ich nur einmal habe einfach zweimal egal ich sollte lieber sparen vielleicht baue ich bäume und so was ich kaufen muss das kann natürlich auch sein natürlich ab morgen weil die punkte sparen und gucken was ich so brauche perfekt habt habt aber geschafft und dann sage ich mal danke fürs zuschauen hier war roby von der production das war ganz schön impact hat 237 und wie immer wenn ihr bock up subscribe kommentiert und liked bis zum nächsten mal bye bye und ciao